Kann man sich auch ins Feuer setzen hier? Ne, das ist ja irgendwie uncool. Irgendwann Marschwell ist... Ja, die eine schläft schon. So nice to see you. Ne, ich will nicht mit dir sprechen. Vor allen Dingen lese ich die ganze Zeit sprechen mit Mom. Der heißt ja Moon. Der Grant, der ist total... der ist infiziert immer noch. Hä? Ich denke, die Frau war infiziert, die da so rumlag und am Gammeln war. Ja, sicher ist die Frau. Bei dir ist jetzt ein Mann infiziert? Ja, bei mir ist Grant infiziert in der Übersicht. Moment, offener Kleiderschrank? Was war da? Achso, wo ist der? Wenn du hier auswählst und dann C drückst. Genau. Yes! Von Boren. Baby, du wirst mich nicht wiedererkennen gleich. Hä? Wie siehst du denn jetzt aus? Ach, siehst du das schon? Ja, ja. Trotzdem habe ich das... Ich kann nicht mit dem... Mit dem... Ne, das geht nicht. Der rote. Ich habe sogar ein Hoodie, was auch... Ich habe sogar ein Hoodie, der aussieht wie so komisch, halt. Dinosaurier oder sowas. Hässlicher Pulli, den habe ich auch noch. Ah, ne, der ist gesperrt. Ne, komm. Jeansjacken? Och, die sehen auch gar nicht schlecht aus. Okay. Kannst du kurz, ähm... Ich will mir helfen, komm. Komm, okay, ich habe hier ein halbes. Kampfshirt? Äh, jo. Kann man sich nicht einen größeren Rucksack machen, weil der ist echt klein. Alles gut. Ja, zehn. Okay. Willst du noch was? Äh, ja. Machen weiß ich nicht. Ich habe einen dabei gehabt, der ein bisschen größer ist. Nee, ich brauche eigentlich nichts. Okay. Ähm, ich glaube, ich habe die Hoodie jetzt da reingetragen. Eiserste Tacke. Ich habe nochmal fünf Gold. Nee, nee. Ja, eiserste Tacke. Die will dein Gold nicht, die will eine Hacke. Das ist deine Taktik. Eine eiserste Tacke. Das will ich immer mit der Hacke. Ja, er die ganze Zeit so... Ach so, du bist immer mit der Hacke. Ich habe Gold. Ich habe Gold. Du kannst dich nicht rauskaufen. Ist das hier kalt? Soll ich eine Mütze aufziehen? Ja, zieh mal auf. Ich weiß immer noch nicht, wie du da reinkommst. Ich komme noch nicht rein in diesen... Ja, mit C. Wenn du in der Übersicht stimmen bist, dann C drücken. Ja, das habe ich gemacht. Also, wenn du Inventar bist, geht das da auch? Nein, wenn du die Betten wechselst. Also, wenn du die Leute wechseln willst. Und dann C drücken. Ja, und das geht bei mir nicht. Hä? Bei mir kommt nur die Info, dass ich zum Charakter... Oder ich tue mein Bestes, soll ich sagen. Dann bin ich wieder raus. Ich habe eine spezielle Version, glaube ich, gekauft über Steam. Kann das da ran liegen, vielleicht? Das war wieder so klar. Das war wieder so klar. Ich habe auch 10 Euro mehr ausgegeben als du. Also, beschwer dich nicht. Das stimmt. Nachdem du mir nicht gesagt hast, dass ich hier... Ne? Du hast mich gesagt, aber du hast mir wieder nicht zugehört. Guck mal. Achso, du bist das ja gar nicht. Warte mal. Ja, wie sehe ich aus? Sehe ich jetzt so aus, dass ich hier einen Zombie verschrecken würde? Ja, weißt du warum? Weil du standst vor den Betten. Du musst in dieses Bettenmenü kommen. Ja, habe ich doch gesagt. Da kam ich eben nicht rein. Da musst du dich mehr anstrengen. Oh nein. Ich bin gut versprochen. Ich mich auch. Wie, du hast dich erschrocken, weil du mich gesehen hast, oder wie? Aber ich habe hier kurze Haare. Das sieht voll schlimm aus. Abgesehen davon, dass die dunkelläutig ist. Aber bist du, glaube ich, auch, ne? Ja. Ich doch nicht. Also, beide passen so gar nicht zu uns irgendwie. Du würdest auch nie so kaltiges Hemd tragen. Komm her. Setz dich hin. Komm, ich klatsche dich. Geile Aufnahme. Jeder kriegt mit, wie ich hier eine Motte klatsche. Ich weiß, ich schnibbel was zusammen. Schnibbel mal. Ich warte ja eh gerade auf dich. Da ist es egal. Das ist wie mit Kohnen. Weißt du, da habe ich doch über 200 Stunden aufgenommen. Und im Endeffekt rausgekommen sind, keine Ahnung, 30, 40 Videos. Weil die ganzen Farmteile, die ich ja mit aufgenommen hatte, die habe ich dann ja alle weggelassen. Wo wir immer noch im Farmen waren und so. Angst vor mir. Ich habe extra gesagt, dieser komische Dinosaurier. Und du musstest hier das Ding anziehen. Ja, jetzt wirkt das nicht mehr, jetzt wo ich das nochmal gesagt habe. Du kannst aber gerne nochmal wiederholen. Ich habe doch... Wolltest du vor die Wand laufen? Oder wolltest du noch was machen? Gehen wir jetzt eigentlich hin? Ja doch, wir wollten nochmal runter. Ja, guck mal auf der Karte. Wir können doch mal gucken, dass wir erstmal die... Also das Camping... Das Campingplatz, genau. Den haben wir jetzt leer. Nein, da sind noch die Damenbinden drauf. Würdest du sie jetzt haben, oder? Die werden mir nicht angezeigt, weil du die durchsucht hast wahrscheinlich. Aber hier... Warte mal, Außenposten-Effekte. Permanente Schutzzone ist klar. Lebensmittelsammlung. Ach, wenn du das als Außenposten mal ansprachst, dann können wir da immer wieder neue Lebensmittel holen, oder wie? Nein, du kannst dann auch da was bauen oder irgendwas. Weil wir brauchen ja noch irgendwie andere Möglichkeiten. Ort nicht sicher, pass auf. Hier unten, wo ich den Wegpunkt gesetzt habe, da sind drei Orte noch nicht sicher. Lass uns da mal gucken. Die machen ja eh mal hier die Türen auf, also kann ich ja auch auflassen. Die kommen halt immer von oben. Sagen wir nicht lieber mit dem Auto fahren? Ich bin jetzt schon müde. Nein, der ist nicht müde, der ist topfiert. Nee, du bist müde, das ist mir schon klar. Ja, ich bin müde, genau. Das ist ja jetzt so langsam deine Zeit. Das ist aber durchlaufen. Alte Menschen müssen früher ins Bett. Das stimmt. Nur der frühe Vogel fängt den Wurm, oder? Aber denk dran, dein Geburtstag holen wir noch nach, wenn Corona vorbei ist, ne? Links ist das. Das ist eine Drohung. Ja, ein Versprechen. In der Welt bist du geworden. Das sage ich nicht. Ein runder Geburtstag. Nein, das war nicht rund. Na, was machst du? Ich wollte mich anschleichen. Boah. Hast du die gesehen? Das war ein heißes Gerät. Also er ist zwölf Jahre älter geworden als ich und ich bin 38. Ups. Ah. Mist. Mist. Du Sau. Hab ich mich verflabbert. Aber sie können nicht rechnen, das ist ganz gut. Guck mal, hier, das ist nicht sicher. Da muss doch was drin sein, ja. Oder hast du die Sachen nicht alle genommen? Das ist wie ein Zen-free sound. Ich hab da nicht alles nehmen können. Ein Gebiet ohne Sets steht hier, hä? Wo kommt der denn hier? Was für ein Ding? Ein Gebiet ohne Sets. Also ohne, dass was drin ist, so wie ich das verstände. Können wir die Milch kriegen vielleicht. Ich kann das noch nicht. Ich brauche immer noch 80 von den Sternen. Wo ist der? Weiß ich nicht. Hier vorne ist so ein Tank, aber... Und dann hätten wir eine Tankstelle hier. Die wäre dann unten drin. Die müssen wir beanspruchen. Ja, aber wie kriegst du die Sterne? Durch Kämpfe? Ja, in den wir Zombies killen. Komm, wir müssen jetzt erstmal hier runtergehen. Komm mal mit. Warte, vorne ist einer. Ja, einer. Ich will doch ordnen. Ähm, da war einer. Entschuldigung. Ja, super. Also hier bei der Hütte waren wir ja schon bei der einen. Ja, das ist die... Du läufst ja auch in die falsche Richtung. Die anderen drei sind unten rum. Ja, wo war denn der Ort? Du sagst, dass der nicht sicher war. Ja, der hier. Der ist nicht sicher. Vielleicht heißt es auch, dass der nicht sicher ist, weil wir den nicht gesichert haben. Das weiß ich nicht. Weil hier waren wir ja schon. Ja, Ziel ist es ja, dieses Gebiet zu sichern. Das heißt, wir müssen jetzt sehen, dass wir hier den Parkplatz holen. Oder können wir den Parkplatz schon beanspruchen hier oben. Warte mal, Haus mit netter Aussicht, potenzielle. Guck mal, das habe ich jetzt neu gemacht, das blaue. Da waren wir definitiv noch nicht. Ja, komm, da gehen wir mal hin. Das hat auch eine nette Aussicht. Lass uns da mal hingehen nachts, wo wir so viel sehen. Ja, wahrscheinlich, wo man so unheimlich und so nette Zombies sind da. Ja, da oben steht schon einer. Ja, dann lauf nicht so lange dahin, sonst hast du keine Ausdauer. Da hatte ich jetzt schon gesehen. Hey, der ist gestolpert. Der ist gar nicht... Der ist in meinem Messer gestolpert. Nee, aber ganz ehrlich, nachdem ich dieses Video gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das ist wieder so eine Zombie-Scheiße, das ist wieder nur aufs Blätter aus und Hauptsache viele Zungen ließen zum Kack, weißt du? Aber bisher ist es ja richtig gut. Bisher kommen sie ja mehr oder weniger einzeln oder mit ein paar halt eben. Und dass du dich auch mit diesen normalen Waffen halt nicht wehren kannst. Ich weiß natürlich nicht, wie es später ist. Ja, wahrscheinlich musst du dich erst mal aufbauen. Darum geht es ja, dass du deine Basis aufbaust. Boah, du machst ja gar keinen Lärm. Hallo, ich hole für dich Benzin. Beschwer dich nicht. Immer wenn ich was für dich mache, voll uneigennützig, dann beschwerst du dich. Wieso für mich? Du hast gerade auch einen Zombie hier irgendwo, da hinten. Gehst du mal weg da, ich will den platt machen. Das ist eine Frau, das ist... Die sah auch noch gut aus eigentlich. Deswegen hast du dir auch den Arm abgeschnitten. Na, gut, die roten Augen waren schon ein bisschen verstörend irgendwie. Vielleicht zu viel Crack geraucht oder so. Oh, das beleuchtet noch hier, guck mal. Geh doch mal, ey, wie soll ich dir helfen, wenn du immer an der Tür stehen bleibst? Ja, ich muss da erst mal reingucken hier. Die Küche sieht aber nicht aufgeräumt aus. Ach, du Scheiße. Das Badezimmer ist auch ganz schön dreckig. Was haben die denn hier gemacht? Die ist auch noch was für dich im Bad? Ah, Fairey. Hä? Ich will ja nur so Scheißzeug. Ich durchsuche und höre deine Stimme. Hier im Wohnzimmer oder was das darstellen soll, ist auch noch was für dich. Ja, komm erst mal. Die ist halt so. Äh, da. I see no more Zins. Ja, ich sehe auch keinen Sinn mehr in diesem Spiel. Irgendwie ist das nur platt machen und einsam. Ich habe fünf Schrauben gefunden im Safe. Komm, ich habe schon die Basis erweitert. Ja, klar. Ich meine, also ganz ehrlich, aber Garden 4 spiele ich lieber, weil da kannst du viel schöneres Sachen erweitern. Oh Gott, kann er auch. Das ist süß. Ja, ja. Du hast es dir ja noch nicht mal angeguckt und bist darüber am Urteilen, ja? Sorry, ich habe da mal ein Video von gesehen. Nee, du hast gesagt, du hast dir kein Video angeguckt. Hast du mich angel... Nein, vorher, vorher. Hä, was ist das für ein... Ja, aber mittlerweile weiß ich ja, was ich da tue. Ich habe ja jetzt schon drei Erweiterungen gekauft. Ey, wieso... Hallo? Wieso kann ich mich nicht bewegen? Hallo? Jetzt. Ich komme hier immer noch das Gleiche. Also, ich komme hier immer noch das Gleiche. Ja, super. Das Fenster war zu. Sag mir das doch. Das Fenster war zu. Ich habe gedacht, das wäre offen, deswegen bin ich da durchgesprungen. Nee, das ist das Häuschen mit aus. Ich gucke mal hier. Ja, da steht doch auch... Ja, sieht nett aus. Das sah so romantisch aus, da wollte ich mit dir hingehen. Und die toten Zombies angucken. You're welcome. Lecker. Und das ganze Blut. Ja. Willkommen im toten Bärenheim. Guck mal, passt doch zu dir. Das wird dein Häuschen. Du weißt, dass da ein Zombie ist? Pass auf. Nimm die mal von hinten. Ich wollte die von hinten nehmen, Mensch. Nein, durfte ich auch nicht. Jetzt darfst du das auch... Ach, guck mal, vielleicht kann man hier anpflanzen später, wenn du das beanspruchs. Ja, das ist, glaube ich, hier auch. Könnt du vielleicht sein. Willst du ein Dreirad haben hier? Das ist nur ein bisschen zu groß. Ach so. Ich kann ach ja. Ah, nice. Hier ist irgendeiner drin, glaube ich. Hier ist einer drin. Äh, Paket mit getrocknetem Fleisch. Habe ich jetzt. Das kann ich dir wieder spenden. Der Besitzer war noch da. Du meinst, der ohne Arm und ohne Kopf, ja? Äh, das sind zwei Sachen, die du sammeln kannst. Könnte ich, ja. Hier ist auch noch was für dich. Ist alles wieder nur für dich? Ich weiß nicht, wofür du mich als Unterstützung hier eigentlich hast. Nein, jetzt kann ich das nicht mitnehmen. Hier ist auch noch was im Badezimmer. Oh, oh. Kann ich das wieder... Ich kann es auch nicht zurück tun. Die kommen. Ach, das ist so scheiße. Oh, da hinten. Ich habe hier drei. Ein. Solchen Probe, solchen Probe. Solchen Probe, nimm die. Ich habe, ich habe voller Sicht. Ne, ich habe es jetzt auch irgendwie. Oder habe ich die jetzt gehört? Ich weiß es nicht, aber... Lass uns zu Hause gehen. Ich glaube, ich habe es jetzt. Ja, ich habe es so genommen. Oder wir haben zwei. Ich weiß es nicht genau. Dafür habe ich wieder ein Hemd. Zerrissener Anzug. Warte mal, wo sind wir? Hier unten. Ich markiere das mal, damit wir dann wieder hier zurückkommen. Ja, das ist doch diese Hütte. Da müssen wir... Na, warum hast du denn jetzt die Scheibe kaputt gemacht? Ich habe die nicht kaputt gemacht. Ich bin nur durchgesprungen. Ich wollte schneller rausgehen. Entschuldigung. Ja, aber wenn wir da nochmal einziehen müssten, dann haben wir... Dann müssen wir die ganzen Scheiben reparieren. Ja, dann ziehen wir... Wolltest du mit mir in dieses flauschige Örtchen ein bisschen... Ja, weil da gab es ja dieses Feld. Da kann man sein Lebensmittel an... Oh, das ist ein riesen Gast. Da unten ist noch ein Fondi. Äh, der hat seinen Arm verloren. Hast du das gesehen? Oh, ich habe gar keine Ausdauer mehr. Scheiße. Ich bin wohl sehr müde. Ich kann nicht mehr viel machen gerade. Ich muss echt... Da ist noch links ist noch einer. Hast du noch Ausdauer? Ich wollte jetzt sagen, dass es die Jungen von heute ist immer müde. Links! Wo ist das links? Dein links oder mein links? Das echte links. Ach, da. Du rennst einen halben Meter vor mir. Ich sage, links ist noch einer. Und du rennst erst nach rechts. Nö, da ist keiner. Läuft weiter geradeaus. Ich habe fast keine Ausdauer mehr. Ich kann die nicht mehr alle prügeln. Das ist mein... Also ich bin so müde. Das ist das müde. Hast du das gesehen? Nö. Da rechts sind noch zwei oder einer. Kann das sein, dass die wieder spawnen jetzt hier? Ja. Das ist ein neuer. Ich brauche eine Pause. Ich brauche eine Pause, sagt er. Ich würde das Pferd runterschubsen, dann wäre ich in das Loch gefallen. Guck hier. Wie weiß ich, dass hier nichts ist. Meinst du so? Du fällst einfach so ins Loch rein. Ich bin nicht schon wieder. Ich muss einen Gehrein. Es kann aber auch sein, dass wirklich nachts mehr unterwegs sind. Ich weiß nicht. Wie ist das denn? Ich habe bei mir die normale Stufe eingestellt. Was hast du dann eingestellt bei dir? Ja, auch normal. Ja gut. Aber wenn du natürlich dieses... Dieses Irre... Diese Irre Stufe, oder wie das heißt, da einstellst... Nö, ich wollte das erst mal spielen. Oh, lol. Das war jetzt ein Opfermuss. So, warte mal eben. Ähm... Ethanol habe ich, glaube ich, schon drin, ne? Chemikalien habe ich schon. Das habe ich schon. Benzinkanister wollte ich dir spenden. Seuchenprobe. Deponiere weiterhin Seuchenproben in deinem Schließfach, bis es genug für ein Heilmittel gibt. Ja, und du nimmst die mal auf und ich kann es nicht... Ich kann nichts machen. Ja. Ja, aber warum kann ich dir die nicht geben? Ich... Ja, weil du sie... Nein, du nimmst die mir alle weg. Nein, da standen gerade zwei Stück drin, so wie ich das verstanden habe. Wie viel? Ich habe viermal Lebensmittel an dich gespendet schon mal. Hä? Ja, ich meine, da waren zwei auf dem Boden. Die Frage ist nur, kann ich dir das nicht geben? Also er sagt zu mir, ich habe immer noch nur zwei, weil ich die nicht aufnehmen konnte. Warte, 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 warte mal. Ich kann die abwerfen. Guck, bleib mal hier stehen. Äh, aber nicht von hinten abwerfen, ne? Ja, also das... Ja, warte mal. Er... Eine ablegen. Da, kannst du die nehmen? Die liegt jetzt da, ja. Ja, dann deponier die mal. Ja, guck mal. Ja, jetzt eine fehlt mir noch. Okay, handeln können wir nicht, aber wir können die Sachen hinlegen. Gut, dann haben wir das wenigstens schon mal nach drei oder vier Stunden Spielzeit erfahren. Entspann dich, Schätzchen. Ey, die hat die Stimme wie von, von, ähm... Ähm... Ach, sag schon. Life is strange. Die Rachel. Okay. Aber die sieht immer noch nicht gut aus. Ja, sie kotzt doch nur Blut, hat sie gesagt. Aber ist nicht schlimm. Okay, sie hat nicht die Stimme, aber sie hatte gerade so komisch die Stimme. Ich helfe ihr gerade. Ich habe ihr was verpasst. Aber ich habe dir den Benzinkanister jetzt nicht spenden können. Aber ich habe dir die Lebensmittel gespendet. Dann tue ich den Benzinkanister rein. Ich habe nämlich drei Benzinkanister, die könnte ich dir dann auch abgeben. Äh, und? Kannst du Waffenreste verwerten? Was kann ich? Waffenreste verwerten? Äh, in der, in der Werkbank hier. Ja, aber ich kann da nur Waffen vorwerten, vorwerten, die ich gerade trage. Ich kann Gegenstände herstellen, Hast du das schön gemacht? Überall die, die Kerzen hingestellt. Aber du kannst nur die Waffen vorwerten, die du trägst, ne? Ne, Fernkampfwaffe und Nahkammer. Ja, ich kann nur meine, die Waffenreste verwerten. Es ist ange... Ja, dann komm mal her. Vielleicht kannst du es machen, wenn du die hast. Äh, warte, wie ging das jetzt mit R? Ja. Ja, dann geht's bestimmt. So, dann lasse ich die nämlich jetzt hier, weil die muss sich ausruhen. Boah, das dauert aber. Oh, wait for a decision. 14 Minuten! Ach, scheiße. Aber er muss nicht dabei sein. Nein! Nehme ich den Colton wieder. Öffne die Karte für eine neue Mission. Wir haben irgendwie eine neue Mission. Kriege auch ein... Kümmere dich um die Zombie-Bedrohung. Äh, bei uns. Bei Hayley. Ne, Hayley. Ist das da unten? Ne, Hayley ist die, die das geschrieben hat. Oder nicht? Stimmt. Äh, ja, und Mund ist nämlich hier. Stärke unsere Basis, um zu überleben. Ja, und wie? Eigentlich müssten wir hier was bauen. So Türme oder sowas. Aber es sind wahrscheinlich dann diese... Begib dich zum Zerstören. Ach, hier, guck mal hier. Um nach Material... Achso, das haben wir aber schon gemacht. Ne, das ist hier das. Ja, da waren wir schon mal, aber vielleicht kriegen wir jetzt nochmal ein neues. Ah, warte mal hier. Reise zur Spielstation, wo Hayley die Kreischer gesehen hat. Also da müssen wir unten nochmal hingehen. Und zu den beiden. Also gehen wir erstmal zu dem. Ja, der hier ist näher hier oben. Da können wir mal eben zu Fuß hin. Ja. Aber welchen anderer meinst du denn jetzt? Ja, weiter unten ist noch einer. Also... Ja, dieses gelbe Haus. Aber das ist nur, dass der nicht sicher ist. Ach, nee! Zum mal da drauf. Zum mal da drauf. Nee, nee. Hier unten. Guck mal hier. Das ist gelb. Das meinen die wahrscheinlich. Siehst du das, was ich jetzt blau gemacht habe auf der Karte? Wo? Auf der Karte. Ja, aber das ist ja da ganz unten. Äh, nee. Ja, aber das ist gelb. Wenn ich die Markierung wegmache. Oder hast du die Markierung jetzt gemacht mit gelb? Ich hab die gemacht, ja. Ach so. Also ich meinte das. Guck mal, meinen gelben Wegpunkt hier. Siehst du das? Das ist das zweite Ding, wo man gelber ist. Ja, aber da kommen wir eigentlich auch zu Fuß gut hin, ne? Ja, klar. Ähm, warte mal. Soll ich was kochen? Herstellen irgendwie? Wir haben hier... Wenn du was kochst. Kaffee kann ich kochen. Kostet aber Wasser. Wir haben aber kein Wasser. Wir sollen ja... Danke, dass du mir Kaffee anbietest ohne Wasser. Ja, der ist ziemlich trocken, aber... Auch Strom. Sollen wir jetzt gehen? Guck mal, hab ich den nicht gut angezogen hier neben dir den? Moment.